fast drei stunden alter fast ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher ich meine so in etwa um den dreh so müssten wir jetzt sein so ich werde auf jeden fall noch die wege vollenden ja ich muss auch noch auf ebay gucken zumindest brauche ich eine neue xbox neue xbox ich guck gerade mal an der sofa ich hole dir doch bei amazon 1 die sind auch nicht so mega teuer ist aber auch schwierig zu finden ja schwierig zu finden vor allem eine bestimmte größen format wunscher wünsche hast ich dadurch auch extrem schwierigkeiten also auch sehr lange gesuchten aber hat sich gelohnt sind wir auch nicht gerade so billig deswegen das ist ein neues verschwinde verschwinde das sieht schon mal gut aus das mindeste was verdickt sein muss wirklich existenz am minimum gerade so jetzt wieder jede menge erde dafür drauf dass ich hier die treppe schon verkleidet kriege dann habe ich doch schon wieder gar nicht mehr so viel von der erde die ich natürlich gern noch in die leer stehende plattformen investiert hätte in meinem extreme terraforming bereich auch mein gott nein auch mein gott nein das ist dann erst mal mehr der jagt jetzt in die luft aber nichts passiert alles im grünen bereich das ist nicht mehr ganz so im grünen bereich zum wies und spinnen kombination kann ich noch jede menge fackeln placen soll ich an deinem weg oh mein gott auch noch ein paar fackeln placen den weg zur fischehütte oder er nicht die sind aber auch nicht alle so geil wo denn bei amazon amazon den weg das ist das ist das ich werde hier echt aufs übelste attackiert aber jetzt brauche ich auch nicht mal rein gehen es kommt mir sofort schon wieder heller wird ja es wird heller und ich werde schon wieder attackiert attackieren attackieren das ist eine gute frage uhr denk ich mal simon muss hier aufstehen so wie lange weiß ich aber nicht es wird schon wieder hell 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 so 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 creeper zombie zombie will mein gehirn fressen ja ich investiere auf jeden fall noch die erde jetzt das ist ja wohl ein muss nach einer solch erdreichen tour die noch instant zu verbauen ein enderman enderman bleib stehen du bist so schön ich liebe dich ich liebe dich doch nicht ich hätte noch nicht mal was droppen lassen aber auch meine ganze rüstung ist zerstört also diese holzstückchen brennen immer noch das ist so heftig immer noch genauso wie ich sie angezündet habe zuletzt ist voll verbuggt so geil jetzt so 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 langsam schließt sich der krater vor dein haus wenn es noch ganz schön lange dauert bei mir ja der krater hier dieses erdloch was ich da geschaffen habe wird langsam immer weniger random block diese scheiß brennenden holzstück immer verschwinden sind die nächstes jahr noch hier jetzt wünschen wir noch frohes neues ich muss mir abgewöhnen ständig mit meiner diamanttspitzverkauf alles drauf zu kloppen was ich sehe dementsprechend schnell ist sie wieder kaputt dann muss ich die reparieren und wieder 17 level dafür opfern und kann mein level in nichts anderes investieren das ist nicht so geil es ist beschissen holzkohle raus holzkohle und da muss ich mich mal informieren wie man den trank der schwäche macht und dann wird einfach mal angeblich meine verbindung zu xbox live unterbrochen bis noch in der party nein ist ja nicht mehr ok dann würde ich sagen sehen wir uns gleich wieder wechseln in den offline modus so sind wir wieder am start komplett holy moly komplett alleine niemand wollte uns haben noch nicht mal xbox live wollte uns haben komm jetzt kann ich ja schon mal so ein bisschen hier die anderen öfen leer machen schmeiß mal den noch mit da rein hier haben wir noch kartöffeln drin hier haben wir auch noch ein paar ep für ep sind immer gut kann ich jede Menge von gebrauchen um endlich mal eine neue spitzhacke zu erstellen die ein bisschen mehr aushält als meine mit behutsamkeit meine geht einfach viel zu schnell im arsch feuerstein habe ich nicht das habe ich der rest habe ich auch nicht pfeile habe ich quaz kohle 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 habe ich nicht viel aber ein bisschen holz vielleicht nichts einstecken knochen bevor wir jetzt schon wieder hochgehen granit ok ich besitze das spiel nicht mehr alles klar ich besitze das spiel nicht mehr zombie trailer von cod ist richtig gut gemacht ehrlich da muss man überraschen lassen wie das ganze so wird warum brauche ich mir zurück weiß ich auch nicht ich bin mal gespannt ich auch das neue cod so wird ich zog noch ein paar ründchen ich zog schon noch ein paar ründchen black ops 3 ich mache noch ein paar sachen hier laber noch ein bisschen dünnschiss dabei und dann ist alles gut das habe ich mittlerweile mit der zeit schon wieder einiges an kohle gesammelt die ganze kohle die könnte ich mir auch mal langsam wieder nehmen und mit meiner glücksspitzhacke abbauen mach ich jetzt auch mach ich jetzt auch dann kann ich direkt mal gucken wie es um den pilzen geht ja die wachsen und gedeihen alter schwäle die wachsen so ultra hier unten echt unnormal der fliegepilz vermehrt sich wie die fliegen das ist echt heftig diese anderen braunen pilze vermehren sich nicht ganz so schnell aber auch schon krass ich habe jetzt 32 fliegenpilze 13 normale pilze also von diesen braunen pilzen und wieso ist hier ein erdblock ist ja gerade wasser durchgesüfft oh mein gott was ist das denn ich wollte eigentlich schon wieder irgendwas anderes machen und jetzt baue ich hier schon wieder blöcke ab ich weiß nicht ich bin einfach abhängig von diesen spielen echt minecraft macht einfach süchtig ich habe letzte woche habe ich auch noch zehn folgen am stück aufgenommen alleine alleine komplett alleine ja und da war ich halt auch schon voll im arsch von der arbeit und konnte ich irgendwie nicht mehr aufhören zu zocken so etwas mehr als zwei stacks kohle blöcke habe ich also kohle erz wird gleich auch erstmal noch was essen gehen boah ich hab mir ich weiß ob es gestern war oder am wochenende ich glaube am wochenende was gab es wieder hunderter bundle bei black ops für 40 euro echt ja man es ich weiß nicht ob es ist glaube ich nicht mehr aber alter ich krieg nur scheiß waffen ey vier waffen bekommen echt vier waffen ich hab zwei na ja es sind immerhin 100 kisten selten ne ne ja aber schon krass ey da habe ich glaube ich zwei nahkampf waffen und einmal diese nagelpistole und den raketenwerfer bekommen was heißt neuer was heißt neuer den selben den es auch in left for the 2 gibt ne 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 den älteren achso den älteren den braun meinst du alter ich sterb nur den braun meinst du richtig hä den braun meinst du den braun den braun den braun granatwerfer der neue nein nicht den neuen den alten den alten den alten ach den ähm ja ich weiß was du meinst nur ich weiß nicht wie das ding heißt so jede menge kohle am start ach man ey was denn das so ne scheiß runde lohnt sich immer wieder jetzt kann ich mal ne öfen noch auffüllen granit hab ich nicht dorit hey sterb doch nur was denn das für ne scheiße ey god die missgeburtenrunde ey kacke kacke misst ja der rest sollte eigentlich alles voll sein ja dann ich glaube reicht das für heute was ich hier getan habe sind auf jeden fall wieder ein paar Völkchen zusammen gekommen Völkchen Völkchen Mann ich entwickle immer neue Wörter in diesem Spiel es ist wirklich so jetzt komme ich schon wieder von hinten so beenden wir das ganze einfach im Bett und damit sage ich gute Nacht und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal